Mein Name ist Conny Niedrig, Kriminal-Oberkommissarin. Ich zeige Sie doch zu lügen! Sonst ziehe ich mich aus! Mein Name ist Bernie Kuhn, Kriminal-Oberkommissar. Bleiben Sie stehen oder ich... Was kann ich für Sie tun? Kant! Kuhnt! Ja, ja. Sie sind meine letzte Rettung. Mein Mann... Mein Mann ist... ...verschwunden! Wieso? Da sitzt er doch. Thorsten! Ach, da bist du ja! Danke, danke! Sie haben ihn gefunden! Danke, Herr Kant! Kuhnt! Gerne. Es war nicht einfach, aber das ist halt mein Job. Komm, Schatz! Ach, was für eine schöne Serie! Conny, was gibt's? Hallo, Bernie. Hier gibt's einen Mord. Einen Mord? Okay, kümmere dich drum. Okay, Bernie. Ich kümmere mich drum. Das da muss das Opfer sein. Das da muss das Opfer sein. Das war so viel Zeitpunkt. Neibah smiled. Muhen ist neben dem Mist. Der Gewaha ist energie.